Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Ich bin Anke Papi, wir spielen mit der Formel 1 2020 und dieses Mal ist das letzte Michael Schumacher Auto dran, denn wir sind ja die ganze Woche jetzt schon über unterwegs gewesen auf den Spuren von Michael Schumacher. Und haben uns natürlich mit den Fahrzeugen seiner Weltmeisterschaftskarrieren beschäftigt und da muss ich sagen, es gibt schon Unterschiede in den Fahrzeugen, geile Unterschiede und vor allem spürbare Unterschiede, auch vom Basteln her. So, wir sind jetzt hier beim Ferrari 2004, das 0 plus Ultra Auto, so wird es ja gesagt. Ich lasse mich überraschen, wie der Unterschied vom Ferrari 2000 zum 2004er Ferrari ist. Der soll ja wirklich der Vorreiter der Autos gewesen sein. Entschuldigung für mein Nichtfallendem Deutsch, aber ist halt einfach so. Es ist ein anderer Motor, V10 Saugmotor, der andere war ein Turbomotor und da ist alleine auch das Verhalten des Fahrzeugs schon ein ganz anderes. Aber auch hier, wie man sieht, Rillenreifen drauf. Auch da werden wir wahrscheinlich das große Problem haben, dass der Karre vorne rüber schiebt. Und dadurch, dass wir ja kein richtiges Setup haben, sondern nur so ein Standard-Setup nehmen, wird es höchstwahrscheinlich auch gewöhnungsbedürftig zu sein, zu fahren. So, wer für die Theorien-Sachen ist, einfach nochmal Pause drücken, dann kann man sich natürlich da auch die ganzen Daten zu durchlesen, was da alles mit passiert ist. Ansonsten gehen wir natürlich wieder auf Solo Grand Prix, Historical und suchen uns natürlich auch das 2004er Auto aus. Das nehmen wir, gehen wieder auf den Österreich-Ring, denn an diesem Wochenende ist natürlich das Österreich-Ring angesagt, auch im wahren Leben, in der echten Formel 1. Von daher fahren wir das natürlich auch hier zum Testen. Ja, schade. Ich habe mir natürlich auch hier wieder einen Kommentar gewünscht. Jeden Tag der gleiche Spruch, aber ist halt einfach so. Ja, 2004er Ferrari. Ich habe gesehen, wieso hat denn der so einen komischen Overall? Hallo? Nee, ich kann mich noch daran entsehen, wie das damals gewesen ist, wo sie alle mit ihren roten Perücken rumgelaufen sind. Da war Ferrari noch locker. Nicht so angespannt und angestrengt wie heute, wieder in der aktuellen Formel 1 2020, sondern da waren die noch echt locker, da waren die cool drauf. Aber das lag auch daran, dass Michael Schumacher sein, also wirklich sein Team bauen konnte, so wie er es gerne gehabt hat und hätte. Das heißt, der ist hin zu, Luca, die Motozemelo war damals noch Chef gewesen, hat gesagt, pass auf Macker, ich bin willig, aber ich brauche den, 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 den und den und so konnte sich das ganze Team über Jahre formen und hat am Ende dann sieben Weltmeisterschaftstitel rausgefahren. Sicherlich einer mal umstritten, andere ganz locker, alle Leute sind angewidert gewesen, so wie es jetzt eben die Phase ist mit Lewis Hamilton, wo Lewis Hamilton natürlich dann jeden Titel holt und das Ganze war damals mit Schumacher auch nicht anders gewesen. Da hat die Welt auch gesagt, Schumacher, der langweilig, der gewinnt ja nur und alle anderen haben keine Chance und so ist es jetzt auch mit Hamilton. Ist halt so und ich sage mal, ja, die damalige Zeit war eine andere, die Autos waren andere, wie im Gegensatz zu heute, aber das sieht man auch alleine an der Technik in den Frontflügeln, was vorne in den Frontflügeln drin steckt und was heute drin steckt. Allein dieser Aufwand mit diesen eine Trillionen Flaps vorne dran, das gab es damals nicht. Da gab es irgendwie drei, vier Einstellmöglichkeiten, das war es. Und heute ist alles wirklich aufs Trillionstel Millimeter genau abgemessen und ja, keine Ahnung. Da steckt halt Technik drin, hoch drei und das ist faszinierend, das ist das, was mich an der Formel 1 so fasziniert, was man aus so ein bisschen Messtechniken rauskriegen kann, wie das Auto in dem Moment dann verbessert wird. Und da muss ich sagen, da ist Mercedes tatsächlich schweren Herzens, muss ich das sagen, ist Mercedes auf dieser Schiene den deutlich besseren Weg gegangen als die Italiener bisher. Red Bull war auch in den letzten Jahren immer sehr dicht dran, aber hat halt nie wirklich gereicht. Und da muss man auch sagen, da sieht man zum einen, wo kommt die Technik her, die Erfahrung, die Kohle. Geld spielt auch eine ganz große Rolle und da freue ich mich auch drauf. Das können wir aber mal ausdiskutieren in regulären Rennen. Da freue ich mich drauf, ab 2022, wenn es dann wirklich mit Geldkontrolle geht, mit der Budget-Obergrenze. Da bin ich ja mal sehr drauf und gespannt, wie das da so zu Rande geht. Achso, ich sollte F1 drücken, dass wir auch auf die Strecke kommen. Wir schauen mal nach, wie sich der Karren hier so verhält. Oh, sieht gut aus. Sieht sogar sehr gut aus. Okay, da habe ich mich jetzt nicht getraut, drauf zu treten, weil ich da immer denke, dass mir das Heck einfach sofort abhaut. Aber gut, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, oder wie war das? Okay, da ist der Bogen etwas zu lang gewesen, aber sonst? Da hätte ich früher auf dem Gas stehen können und dann hätten wir auch einen besseren Platz gehabt als den zweiten. Es heißt dann nicht umsonst, der Hobel ist das Nonplusultra der Autos. Überlege ich mal, ohne Setup, ohne Vorbereitung, Zweiter. Und das auch noch nicht mal eine Sekunde dahinter. Also für meine Verhältnisse relativ gut. Herzlich willkommen in Spielberg zu einem weiteren spannenden Formel-1-Rennen. Diese Strecke ist bekannt für ihre fantastische Umgebung, eine wunderschöne Natur und sie ist fraglos eine fantastische Kulisse für den großen Preis von Österreich. Die Strecke in Spielberg befindet sich ungefähr 700 Meter über dem Meeresspiegel und ist mit ihren gerade mal zehn Kurven eine der kürzesten Rennstrecken der Saison. Für eine Runde müssen die Fahrer hier 4,18 Kilometer zurücklegen. Die besten Chancen zum Überholen gibt es nach Start und Ziel in Kurve 1 und dann nach dem steilen Bergaufstück beim Anbremsen zur Kurve 3. Okay, es ist bewölkt, aber noch trocken. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. So kann man zumindest mal schauen, dass man die Geschwindigkeit doch nochmal ausfährt und läuft nicht Gefahr, dass man doch noch irgendwie in so einen Regenschauer kommt. Nachteil, Strecke ist kalt, Temperatur niedrig und die Reifen brauchen länger, um warm zu werden. Nur mal so als technischen Hintergrund für die Leute, die es nicht wissen. Ja, Ferrari schlägt sich mal wieder selber. Da bin ich ja auch eiskalt, ne? Da kenne ich ja auch nichts. Also dann will ich auch schon zeigen, dass ich da bin, ne? Da kommt dann die Kämpfernatur durch. Gut gemacht, Partner. Guter Start. Danke, Mann. Jetzt müssen wir nur zusehen, dass wir auch vorne bleiben. Aber rein vom Fahren her, vom Anfühlen, vom Gefühl her, ohne Witz, ne? Das Auto hat nicht umsonst den Status Geilstes Auto der Welt. Ist wirklich so. Alter, das musst du mal gefahren haben. Also wenn du dieses Spiel kaufst und du hast die Michael Schumacher Edition, dann fahr einfach mal dieses Auto. Ohne irgendein Setup einzubauen, ohne zu testen, sondern gleich rein und los. Du merkst hier echt einen Mega-Grip. In diesem Fahrzeug. Da merkst du auch sofort, warum dieses Auto als das Nonplusultra gehandelt wird. Okay, jetzt ist hier natürlich nur das Problem am Lenkrad. Wenn der Fahrer jetzt noch ein bisschen mehr drauf hätte, dann würde er es auch gewinnen. Da liegt es nicht mehr am Auto. Das liegt jetzt wirklich am Fahrer. Mega. Okay, da habe ich zu spät eingelenkt und dementsprechend die Kurve nicht so bekommen, wie ich sie wollte. Aber daran sollst du nicht scheitern. Den kriegen wir noch hier, den roten. The Roth. Ja, wie machen wir das? Heute letzte Folge von der Michael Schumacher Kollektion. Würde gerne anfangen, wieder richtig zu fahren. Hätte ich Bock drauf. Mein Team oder das eigenes Team erstellen oder irgendwo als vorgefertigter Fahrer einsteigen. Schreibt es mal rein ins Kommentar. Hätte ich ja schon Bock drauf. Hat er mir noch die Schnellzone weggeschnappt? Der Snacker? Ich komme immer ran, aber nicht dran vorbei. Es ist so assi. Aber es macht Laune. Das macht richtig Bock. Ja, schade. Das war es, oder? Nee, eine Runde haben wir noch. Der Karren ist jedenfalls ein Mörder-Schnelle. Der ist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran. Der hat einen Grip, Alter. Das ist... Ja! Ja! Der Virtiker. Es war total. Der hat er sich bringt. Aber da werde ichcles leven. soap und Lähungen. Bis Donc an. Wie geht es? Nee, ein Haul! 2 Stunden brake. Zum Speaking! Sögen. 7诶. Du bist dieser ? Dann habe ich wieder nachgelassen, ey. Verdammt. Schade, aber saugeil, Alter. Saugeil. Die Gesichter der drei Bestplatzierten sehen unglaublich glücklich aus, während sie sich auf das Podest begeben. Sie alle haben den Sieg verdient. Na ja, zum Abschluss doch nochmal auf dem Podest gewesen. Wer hätte das gedacht? War ein knappes Ding. Denn, ich sage mal, wenn ich fahrerisch ein bisschen fitter gewesen wäre und vielleicht vorher nochmal so eine Idee geübt hätte, dann glaube ich schon, hätte es was werden können. Aber ey, geil, muss ich echt sagen. Geiles Auto, geiles Rennen. Hat echt Laune gemacht. Ich glaube, ich könnte mir das auch vorstellen, wenn wir mal in der Gruppe mal wieder so ein Spaßrennen machen. Vielleicht so mit Historic Cars oder so. Ich glaube, das wäre schon geil. Das wäre schon echt cool. Leute, ich bin in der großen Zwiespalt-Frage-Reihe. Was tun wir? Womit starten wir? Machen wir unsere Karriere mit MyTeam oder springen wir irgendwo in ein Auto, in ein Cockpit rein und nehmen einen anderen Fahrer quasi raus? Schreibt es da bitte rein. Würde mich freuen, wenn wir da irgendwas zusammenkriegen könnten. Das heißt, Solo, MyTeam, neue Karriere beginnen oder als Fahrerkarriere anzufangen. Dann kann man sich dann überlegen, fängt man in der GP2 an oder tatsächlich F1. Das lassen wir uns mal überraschen. Ich zähle auf euch. Wir sehen uns die Tage. Ich weiß gar nicht, welchen Tag wir heute haben. Keine Ahnung. Ich hoffe mal, schon bald mit der Karriere entsprechend mal gucken, wofür ich mich entscheide. Vielleicht lasse ich auch, vielleicht warte ich auch tatsächlich, bis diese Folge abgedreht. Ich glaube, ich warte einfach und gucke nochmal nach, was so in die Kommentare geschrieben wird und lasse mich da nochmal beeinflussen. Macht das bitte einfach mal. Schreibt mal rein und dann geht es hier auch mit Formel 1 wieder los. Dann schreibt mir da bitte auch mal rein, welchen Schwierigkeitsgrad wir nehmen sollten, wie viele Runden und so weiter und so fort. Also klar, Schwierigkeitsgrad im Sinne von Level der Fahrer. Level 70, Level 100 oder, oder, oder. Macht das bitte einfach mal. Wobei ich glaube, je niedriger wir anfangen mit dem Level, wir können es dann irgendwann hochschlafen. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt, weil das Verhalten dieses Spiels ist schon wieder ganz anders wie letztes Jahr vom Formel 1 2019. Ist ganz klar gesagt, deswegen haut rein in die Tasten. Ich freue mich auf Kommentare, bitte hinterlassen. In dem Sinne, euch noch einen schönen Tag, bis dann und ciao. turning das einec vị inコ Turnier. Musik 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 Musik